Ich bin Pro, lass mich. Natürlich. Ich glaube ich dir auch das Wort. Ey, wer hat hier 1000 Sieger? Woher komme ich aber nicht? Die kommen davon, dass ich so Pro bin. Habe ich letztes Spiel gesehen, ja. Das ist ein Bot-Game. Ja und? Ich spiele gegen andere Leute in einem Bot-Game. In einem Bot-Game schränke ich mich nicht an. In einem Bot-Game mache ich mit Absicht. Warum nehmt ihr eigentlich nur Bot-Games auf, wie Noobs? Aber wenn Aram-Games sind und außerdem nimmt er auch normale Games auf. Ach so, dann nehm ich das zurück. Dann nehm ich das zurück. Doch, auch wenn du dabei bist, aber nicht so oft. Im Ernst? Na komm, jetzt nicht mal wieder. Hier, ich schreibe mir meine Stange in den Arsch. Captain Crow. Oh, oh, oh. Komm, ich mich nicht mal anweige. Scheu dich? Nein. Oh ja, der war nice. Yo. Der Talon. STL. Das muss man sagen. Ich kenne es nicht. Ich kenne es nicht mehr. Ich fasse dich nicht mehr auf einmal. Böker, ich fasse mich noch nicht mehr auf einmal an. Da war ich natürlich nicht mehr auf einmal. Ja, wenn einer tot ist, lachen wir uns, lachen wir alle, okay? Dann reporte ich euch. Nein, immer, immer... Schieß mal deinen Schein in den Spels. Nein! Erst, wo ich stunne, der ist im Arsch. Nein! Jo, dann stun mal. Ja, genau. Auf die Fresse! Na, du sagst, dass der im Arsch ist, oder? Fick dich doch! Oh, der Weiger, der Weiger! Der Weiger! Der Weiger! Ist auch nicht mehr lange am Leben. Natürlich, ich hatte Ignite draufgehauen. Nein, ich meine Weiger. Nicht, weil ich auch! Ich habe auch Ignite draufgehauen. Ach, egal, guck mal, da kannst du das nicht definieren, ich meine, du musst... Ja, das ist aber halt... Er hat jetzt schon 600 Gold, ich krieg's gar mal 200. Oh, QQ! Die Steppen... LOL! LOL! Ja, man, nice! Jetzt schmeißt die denn ab mit Ignite drauf! Geil! Schmeißt die mir die Ignite ab, vor allem, geil! Sie, sie hat Feuerzeugen schmeißt, doch nicht! Real Life, LOL! Ignite, Feuer! Mordenscheid, OP! Brenne, brenne! Ja, das stimmt! Jeder meiner Autotext wäre in Ignite, das wäre ja total unfair! Ja! So über Brand, wenn er seine Fähigkeiten castet! Das finde ich teilweise auch schon... Guck dir den Tründermär! Den krieg ich voll auf die Fressen, meine Mädchen! Nee, und Tründermär! Er fordert sich weg! Er hat Tründermär keine Kids lassen bis an Level 6! Ach guck mal, da ist ja Evelyn! Die Ma... ähm, Dinger... Die hast du drauf gespielt, gell? Ja! Ja! Ja, du warst echt... Das fand ich geil, die Aktion, wo du den Celia getötet hast, und dann noch vor dem... Alles dann die ganze Zeit weggerannt bist! Oh yeah! Und dann bin ich auch noch entkommen! Ja! Ich hasse tot nach mir! Blöd fand ich halt, dass die sich Orakel gekauft haben! Ja! Toh, man! Boah, ich glaub, das ist Standard! Ja, aber nicht wirklich! Ja, aber nicht wirklich! Wir fängt grad auf, dass die Spiele im Invisible haben! Wirklich! Die sind halt... von denen sind halt... Naja... Der weigerst jetzt halt ziemlich im Nachteil! Oh ja, sicher, Tobi! Schau mal, Minion! Ich hab nur einen! Ich hab schon ja! Dann brauchst du dich mal anstrengen! Ich hab neun! Ich hab sechs! Ich hab sechs! Soll, warum hab ich denn sechs? Was soll ich nur tun? Genau! Hahaha! Lustig! Absolut! Richtig! Schau mit meiner Laterne, man! Yo, weiger! Okay! Tobi? Hm? Boah, Junge! Hihihiihi! Huuu! That greedy! Weiger! Aber du! Lol! Ja, ich hab ihn aber wenigstens noch getötet! War natürlich sehr intelligent! Ist doch scheißegal, Junge! Nein! Oh Mann! Ich hasst das! Ja, egal! Ich hab wenigstens Weiger noch geschmettert! Die Skill ist einfach nur, um die zu trollen! Mein Kuhmain! Boom! Ach, komm! Ich wollte halt den Weiger töten! Der war so behindert! Wenn er jetzt so weit rauskommt! Wascher läuft mir halt auch noch entgegen! Wenn ich halt auf ihn raufrolle! Ja! Das ist halt super Idee! Pfff! Warm, Junge! Meins dann halt einfach, gell! Das ist ein Idiot! Da ist noch, äh, hier Eve! Als Feind? Jo! Am Arsch! Ja, ist sie! Da ist sie doch! Guck dir den Weiger bitte mal an! Guck ich mir an, und jetzt? Jetzt muss ich mich töten! Gerne! Kann das wohl die? Ja! Guck am Arsch! Nein! Ich bin... Ja, ne! Geh mich schon wieder ein Ignite! Wollt ihr mich alle verarschen? Ich hab' schon zwei Ignites gefressen! Ich bin trotzdem nicht tot! Der Chilt ist OP! OP! Ja, stimmt! Okay, ich kaufe ein wüschen Wort, weil ich jetzt eigentlich viel gemacht habe, gell! Scheiß auf die Eve! Die hat doch null drauf! Braust du kein Wort kaufen! Du hast hier! Hallo, Scheiße! Loll! Guck mal, unser Tower Open wird das voll kassieren wahrscheinlich! Ne, doch nicht, oder? Hallo, die ist easy kill, wenn wir ein Wort haben, was wir da haben! Ja! Wird genauso schreckhaft sein wie jetzt auch! Ja! Wenn wir jetzt muss ich überhaupt ganz schön fehlen! Oh, wie fun! Wenn ich Stun hab und der kommt, dann hat er ziemlich gelitten! Oh, scheiß! Ich hab mein Stun nicht in der Base aufgeladen, so einfach! Wie kannst du das nur tun? Oh nein! Oh nein! Meiger kommt halt wieder und kriegt wahrscheinlich noch mal wieder was! Genau, schade! Genau, schade! Ich hab's noch mehr, Alter! Die Akali! Invisible! Boah, was Junge! Ich hab beide Gleits von den abbekommen hab vorhin! Einfart! Na, Elvenen! Fail! Ja! Wie auf Maul! Oh mein Gott! Ich bin einfach so optimistisch, ey! Loil! Eigentlich hätten wir eigentlich gar keine Clarity mitnehmen müssen! Ja! Ja! Wir haben noch zwei mit Mana! Ja! Wir haben noch zwei mit Mana! Ich glaub ja, ich komm noch live! Loil! Ja, das ist alles Klarheit! Ja, haben wir ja auch noch zwei! Auf die Fresse! Ach kacke, hat nicht funktioniert! Nein! Nein! Okay, dann war Greedy! Tötet ihn die halt! Hahaha! Loil, wie du den hast! Ah! Tötet sie! Das Abstauber! Ja, ich bin so tot! Sichermorde! Loil! Hahaha! Ich glaub, man kann sich damit nicht selbst töten, wa? Nein, geht nicht! Dann kannst du die Fähigkeiten einsetzen! Scheiße! Na, das ist tot! Robi, ich glaub, das ist Romance wieder an! Boah! Gott, hat die nur aufs Maul gekriegt! Hahaha! Zieh ich meinen Ward zurück, dann könnte ich mir Schuhe kaufen! Ich werde doch 40 life! Ja, du! Da könntest da Robi so'n... Komm her! Gut, gut, gut! So, jetzt komm ich mit Stun und so! Du bist schon hexig, Revolver? Ja! Boah, Junge! Tötet sie! Jo! Ich sollte halt nicht in den Insta rein! Hahaha! Ich bin tot! Oh mein Gott, ich bin voll schief! Die verhält sich nein! Oh yeah! Möchtest du gleich gefällt? Oh mein Gott! Ja, schon wieder mal! Peinlich! Ja, so richtig! So, Hexenrichtung wohl über Boots! Nice! Aber trotzdem keine Life! Nice! Das, das heißt halt auch einfach zu easy, oder? Ja! Für so'ne Aktion, von dem könnte ich ihm grad für ein Fragzeichen hinstellen! Dann die Evelyn! Tot! Oder den Trin am Erhalt! Der legt neid drauf! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein, der hat überlebt! Niemand! Nein! Kacke! Lol, das hat Akali! Nein! Wann die Evelyn, das will ich nicht nehmen! Gut, steh ich 3-2 wieder positiv damit! Ohoho, guck mal, wo uns war Akali ein! Steht genauso geil! Boah, Alter! Das ist so'n ruhig, der Damage! Boah, Alter! Das ist so'n ruhig, der Damage! Naja! Ist aber ganz hinten weiter wieder! Will der Weigler! Hallo, einfach nix an Damage, was wegen deinem Schild! Aber der Ward ist weg, oder? Ja! Der Typ ist die Welt, weil die Evelyn hier ein bisschen rumläufig castet, auszusehen meinst es dann, und sie stirbt! Als ob das passieren würde! Hey, das ist mir schon mal völlig passiert, da ist uns wirklich vorbei genommen! Ich bin weggerannt, damit ich dodgen kann, hab ich mit meinem Schild gecastet und er stirbt! Und als du dumm bist! Hohoho! Der Wege halt einfach gab! Ja, der Weigler, lebt die ganze Zeit schon! Du bist einfach Null, der Mensch bekommst, Alter! Das ist richtig geil! So, wer braucht hier? Niemand von mich? Keiner! Nein, nein, ich sag gar nicht! Weil die Casten da ohne Ende irgendwelche Fähigkeiten... Genau! Ja auch! Mein Gott, der Typ ist so langsam! Der Weiger! Ja, Hauptsache ich drückelos, wir sind auf ihn! Was ist denn die Eminent? Das ist wieder hart gleich? Joah! Okay, Herr! Klarheit, Kloch! Danke! Oh ja, danke! Ne, das braucht's zu hart, ne? ja ne, aber eigentlich brauchen wir noch für mich lol, wie der schon gestand war nein, der Silence, so ein Scheiß oh ja, Auto-Hit-Skill oh ja, war's ich kriege halt totale Hunsack halt, ich muss mir jetzt als erstes meinen Erzengel-Stab kaufen, damit ich Mana spammen kann ne, nur ne Träne warum nur ne Träne? dann erstmal Rabadons nee, guck mal, man kommt in nem Dinger eh nicht so weit mit 5G5 natürlich ja, ich hatte schon mal Games, die bis zu ner Stunde gegangen sind oh ja, das macht richtig Bock da zu zugucken absolut vor allem wenn es ein Carrier in der Alistair ist oh yeah oh, die Akali-Sick, das war aber grad cool-skill von denen nicht wirklich ja doch keiner wohl nicht so schwer sein, Stunt zu scalnen ne, hab ich das gemacht, was er hat ganz zu lassen oh mein Gott, ich hab aber auch voll grad auf den, merk ich hast du hier? ja schein reiner weh, du castest ihn diesmal nicht, wenn ich irgendwie Ignite auf den drauf hab, okay weh, du castest ihn nicht, ja dann laufe ich weg und caste den ich laufe auch weg so fehl sie so wegrufft, hier joh, der Walger low on her, Walger oh, der ist so, oh mein Gott joh, hier der Weiger ooooh natürlich natürlich sicher doch neul versuch mit dem Weiger den Trünn zu holen gläubig der den auch noch das war jetzt halt das heißt ultra lag von dem Geld ist ja noch ein Auto der gewesen ja schießt doch einfach mal drüber rein drück einfach eh jeder voll lag, alter aber darf ja nicht weggehen, das ist lustig wieso lach ich nicht? wirst du mir eigentlich alle meine Medien abstauben? ja dann kommt schon wieder ins Rang ooooh, wie ruht hier der Weiger ist halt so schlecht oh, das kommt aber früh ja, du bist aus der Ranch gewesen, das ist schon kacke wenn du da immer irgendwo am Rand bist ich darf nicht als erstes rein, das ist total glücklich ich mag hier nicht als erstes rein sterb ich zu aber oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott die MF alter ich bin halt von dem Minion Mining Night fuck you, stirb Mining Night fuck you, stirb ja, hat die MF alter oh, oh, oh ja, was heißt denn das? krass sie ist, du hast die Hälfte, bitte lol lol oh mein Gott ja, wie geil Kai ist die MF, der bringt wirklich alles, die Tare zu ja ich hab meinen Tibbers reingeworfen ja 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 heißen bitte dir, mein Tibbers drötet hier nur 300 Leben weg und dann sagst du dir ha so und ich hab auch nur einen bekommen, also also ich hab gar keinen ich hab halt auch noch wieder sexist hoffen ist das ja stimmt, du bist hier gar nicht Garen ne, Garen ist aber auch so der Stealer haha ganze Zeit, jedes Mal immer echt, der Carse, den Ding immer viel zu schlägt in jedem Spiel ich verteile, ich verteile erst die B-Cars und dann die es geht in jedem Spiel alles, was er kann, oder? natürlich, vor allem mit Varun ja wo bin ich denn eigentlich, da bin ich guck mal boom oh, guck mal aus der Frist, ey guck mal, hab ich genau vor dem Stand stehen hm, der Vega Kuss das ist lustig ey, drinnen mal, du weigerst du ne Mini, Annie ja, weigerst du ne Mini, Annie ja, weigerst du mal nicht drauf, ja ja, ich hab Mini, uh ok, halbe Minute noch Tibbers, und dann geht's ab, ey ja, Karli macht jetzt Pentakel, ich werd mit dir alles mit der Ult hier beschnauben äh lol, die MF geht ab schön so hart KS, gell so hart KS, gell ja, die macht jetzt Hardcore KS stimmt hier was, in 6 6 in 6 in 6 in 6, 6, 6, 6 ah, ich hab 6 gesagt, wo es 7 war lass mal die MF fokussen ich will den Geist haben da hast du doch einfach einen Ulti rein oh lau wenn du Ulti triffst, dann halt einfach alles stank oder du natürlich, natürlich natürlich was halt geil ist, wir haben 2 wirklich viel Damage äh eine Person Ulti mit dem Ulti und dann wäre es auch voll die Pusse, ey yo die AK, die takt einfach wieder alles los oh, tu mir leid, ich hatte Heal ready echt ja, ich auch ich bin echt leid ich bin der einzige, dass du da wegkommst das ist nicht richtig ich hatte auch Heal ready ich hab mich ja rausziehen ha ha nur was soll ich mit 3.000 Gold im Miet denkens LOL was für eine Reaktion jo, was soll ich denn machen? Reagieren kennst du? ne, krieg ich nicht na ich bin zu gut für reich er ist zu alt, so flex ist eingerostet ja, ich bin schon 88 hier kommst du auf die Zahl ne 89 ne, du musst ja irgendwoher die Zahl haben, wenn du sie so direkt sagst 11 88 0 ja, 11 88 0, genau ja, wenn sie geholfen ja, 11 88 3 3 also bis hin ja und du kriegst, was soll denn das? aaaasch, hura Mom, warum hast du dir jetzt den Weiger gesnickt? Meb! 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 Du bist so ein Arsch! Oder war die Gegner um mit dem Geist? Meb! Warum sollte ich? Meb! Geist, ich will so nix auf! Ah! Kulch! Wie immer sagen, dass er gelint, ne? Die Evelyn kann aber auch nix, oder? Was soll ich denn schon fennen? Ich hasse, dass diese Wege und die zerbumst mich immer so. Hat er grad auf mich gemacht. Brauchst keine Angst, dass du die nächsten 60 Sekunden. Du hast ja, du hast ja etwas Leben. Du hast viel mehr Magieresistenz als ich. 42? Das ist so viel? Du hängst 30% ab und ich grad mal 20. Oh, fick mich doch mal Evelyn, ey! Auf dich, du kassierst! Weißt du, den Kill dir jetzt zum Leben ist. Das ist ja wieder so typisch, ey. Versuchen dir die anderen zu helfen, und dann holst du trotzdem noch den Kill. Ich mach's auch. Ich bin dann halt genau mittendrin mit solchen Wachen. Fick mich. Ja, das war ne Option. Ey, wir gewinnen das Game halt schon wieder, gell? Ja, sicher, Junge. Soll ich mal da reinrennen und da bekämen? Das musst du eh nicht. Ja, ich krieg hundertprozentig ein, gell? Am Arsch. Ja, guck mal, hab ich noch nen Autotech bekommen, oder warum hab ich so viel gefräst? Guck mal, hier jetzt. Bam! Oh mein Gott, komm, der will den nicht töten. Das war auch nur Idee, ey. Achtung, jetzt gibt's nen Tibbers, Alter. Jetzt gibt's nen Tibbers. Oh kack, der geht ja grad mal durch die Wand. Ich hab keine Vision. Hast du nen Water Resort bei? Nein. Ah, ha, 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 ha. Du bist so tot. Heel, heal, 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 heal. Oh, ich hab kein Heel ready, kacka. Aber ich rauche mal wieder. Auf TMF dann. Ich hab mein Geist wieder ready. Ich schmeiß nur mal meinen Tibbers rein, das war's dann auch, okay. Das ist halt ein bisschen lächerlich, weil ich der war egal, ne? Da. Die Akali kriegt halt einfach keine Ahnung. Ja. Ja. Ja, am Arsch. Triple Steal, nice. Ist so. Guck. K. Guck. Steal. Double Steal. Triple Steal. Ja, die war so weit. Ja, die Akali. Oh, just die. Peter Steal. Peter Steal. Ey, Leute, wenn ich Freunde wegen Klaas nicht mal Clarity... Oh, die haben Surrendert. GG'n. Oh, ich Opfersum. Langweilig. Langweilig. Drum nochmal, das hat zu viel Spaß gehabt.